In dieser Episode multiplizieren wir unseren Vektor mit einem sogenannten Skalar. Wow, Skalar, das hört sich schon wieder sehr hochgestochen an. Ja, okay, kann man so sagen, ist allerdings sehr simpel. Ein Skalar ist einfach nur eine stinknormale Zahl. Also eine stinknormale Zahl heißt in der Mathematik, wenn es um Vektoren geht, Skalar. Ja, und damit können wir einen Vektor multiplizieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Vektor irgendwie 10, 13 hätten wieder, also der Vektor von da oben, und wir den multiplizieren würden mit zum Beispiel 2, also nicht einem Vektor, sondern wirklich so einem Skalar, eine stinknormale Zahl hier, dann wäre das in diesem Fall hier 10 mal 2 und 13 mal 2, also mit anderen Worten 20 und 26. Stinknormal einfach die ganzen Komponenten hier mit diesem Skalar multipliziert. Das Ganze habe ich übrigens in dem Demoprogramm von der letzten Episode klammheimlich schon gemacht, denn folgendes, wenn wir hier diesen Vektor errechnet haben und wenn wir den dann einfach drauf addieren würden, ja, dann wären wir ja direkt bei A. Mit anderen Worten würde sich der Zombie einfach zum Spieler hin teleportieren. Das ist aber natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass er langsam auf den Spieler sozusagen sich zubewegt oder schnell, je nachdem, was für ein Spiel wir machen. Aber wir wollen vermutlich nicht, dass der Zombie sich zum Spieler teleportiert. So, und um das zu verhindern, müssen wir jetzt diesen Vektor, den wir hier ausgerechnet haben, multiplizieren zum Beispiel mit der Time Since Last Frame, also der Zeit seit dem letzten Frame. Um das Ganze, ja, sozusagen ein bisschen zu verkürzen auf der Art und Weise, denn eine Multiplikation mit einem Skalar entspricht einer Streckung bzw. einer Stauchung. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt diesen Vektor hier mal 2 gemacht hätten, ja, dann würde der einfach nur doppelt so lang werden, aber immer noch in die gleiche Richtung zeigen. Wenn wir den mal 0,1 machen würden, dann würde er nur noch hier hin zeigen. Er zeigt also, ups, das war nicht, was ich wollte. Er zeigt also mit anderen Worten immer noch in die gleiche Richtung, jedoch nicht mehr ganz so weit. Gut, das war es schon wieder zu dieser Episode und zu der Multiplikation mit einem Skalar. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.